Das ist noch okay, aber letztens hatten wir ja die Tour da gemacht nach Mönchmühle hinter noch raus. Und das waren dann, glaube ich, knapp 50. Ja, das ist so 50. Dann habe ich nochmal gequält am Ende. Ich habe mein Fahrrad jetzt auch mal richtig eingestellt. Das ist ja viel einfacher. Du musst ja echt darauf achten, wie hoch der Sitz ist und so. Ich glaube, ich habe mich vorher unnötig gequält immer, weil wir hier überlehnt waren und so. Ja, ich muss so unnormal ein bisschen fein justieren. Das werde ich auf jeden Fall unnormal machen. Aber toll, ey. Ich bin hier wirklich gar keiner. Ja, aber so ein bisschen offensiver zu spielen tut uns wirklich ein bisschen gut, muss ich sagen. Ja, aber ich fand es, also solange man halt immer das Gefühl hat, dass man taktischen Vorteil hat, oder zumindest weiß von der Hose kommen, geht da noch. Ja, also einen taktischen Vorteil sollte man, man sollte sich nicht so losbrennen, aber... Beide landen im Einsatzgebiet! Boah, was ist denn das für eine Waffe? Was ist das für eine Waffe? Voll schlecht, die Scheiße. Boah, das ist ja... Der trägt mich auf. Der will da einfach nicht drauf gehen, der Idiot. Boah, genau, den hätte ich jetzt natürlich gehabt. Ich auch, ja. Ach so. Okay, einfach da, komm mal hin. Coca-Cola. Boah, ich hab keine Ahnung mehr. Ähm, na, markier mal einfach hier. Ja, krass. Wir sind wieder zu dritt. Jede Runde bis jetzt. Ja, auf jeden Fall, ja, cool. Aber vielleicht haben sie daran auch noch mal ein bisschen geändert. Ja, das wär schon ganz cool, wenn man schon die Dreierrund spielt, dass man dann wenigstens zu dritt ist. So. Hier auf dem Hospital wieder landen, oder? Nee, hier, da, wo der darf in den Roten. Okay. Ich nehm das grüne Haus davor. Naja, geil, voll die Fake-Tür. Nehm das gelbe Haus hier. Oh. Wär fast drauf gegangen. Oh, das war dumm. Hier ist gar nix. Großartig. Einfach nur großartig. Ja. Ah, hier. Okay. Hier ist schon mal ne Strohschwinde. Ich hab auch zum, zumindest die Hodenwaffe. Okay. Seid ihr in dem Gebäude mit dem roten, roten Dach? Nee, noch nicht. Ich bin weiter vorne gelandet und luke hier kurz noch, weil hier noch ein bisschen was tatsächlich ist. Okay. Ah, sehr schön. Hier ist ne Kiste. Ich bin schon voll, Alter. Ich hab schon fünf Waffen. Äh, fünf Rüstung-Spider. Oh, ich hab ne orangenes... Was ist denn das hier? Ein Sniper? Achso. Ein Sniper-Gewehr hab ich gefunden. Oh, geil. Hier drüben ist ein leichtes MG. Na ja, dann guck ich mal, dass ich zu euch komme, erst mal. Du bist da unten auf der Straße? Ja, ich bin hier in dem Haus, oder? Ach, da an den gelben. Ja, ich komm jetzt zu dir. Ja, mach mal. Genau. Hier liegt auch nur eine Drohung, weil ich nicht mehr den kann. Team Jagd dich! Pass auf! Ich bin verfolgt, Robi. Oh, ich werd gejagt. Oh, scheiße. Nee, zum Totenstille. Hier sind auch noch übelst die Platten. Bist du im selben Haus? Nee, du bist im Nebenhaus, wa? Im Nebenhaus, ja. Achso, na, ich bin nebenan dem anderen. Also in dem Nebenhaus. Vom Nebenhaus. Da. Man macht deine Stände ein bisschen weg, bis du in der Jagd wirst, weil sie wirklich näher kommen. Wenn wir da nicht unbedingt zusammenstehen, das ist ja an sich gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall sind hier noch ein paar Platten, das ist schon mal gut. Ja, Platten sind hier ohne Ende, ey. Ach, da bist du. Ich bin jetzt hier auf dem Dach. Oh, ich hab mal Abschuld. Ich hab jetzt diesen Ausflugschlag. Ich hab hier einen MP. Cool. Mal gucken. Bedrohung ist noch gelb. Achso, landet einer da hinten. Warte mal. Ich rücke dorthin vor. Du dumme Hure. In dem Moment, wo ich reinsumme, springt der vom Dach runter. Arschkind. Ich bin ja nur echt genüter Sniper. Ich glaube, der Schuss hätte mal gesessen. Na gut. Da oben auf dem Dach ist wieder innergelandert. Feind im Gebiet. Das Gas breitet sich aus. Ja, ich hab's im Blick. Ich glaube, die sind aber direkt drunter. Ah, ich glaube, die. Das war eke. Okay. Gut, gut. Ich bleib erstmal auf dem Dach und warte mal die Phase hier ab. Die Gejagdphase. Hier wird geschossen. Ja, das ist nicht, aber ein heftiges Rohr. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich habe einen Clown, aber ich bin zum Einkaufsvorgang gerannt und wurde gesehen. Ja, die sind schon. Ah, scheiße. Ich sehe sie. Scheiße. Scheiße. Okay, ist egal. Macht euer Kling egal. Aber der eine habe ich bei meiner Leiste. Der eine war eigentlich tot. Ich weiß nicht, warum der nicht gezählt wurde gerade. Mit einem Sniper hatte ich mir den geholt gerade. Und einer ist hinter der Kiste. Immer noch hinter dem Konzentrieren. Die Konzentration. Ich bin gerade im Hulag. Ja, im Moment. Scheiße. Da unten sind sie. Alter, ich muss mich immer aus dem Weg machen, glaube ich. Teammitgliedschaft für erneuten Einsatz freigegeben. Sehr schön gemacht. Alter, ich bin hier irgendwie gerade so lost, ey. Ja. Wieso soll ich denn jetzt? Soll ich jetzt zu dir? Nee, nicht direkt zu mir, weil die wissen, wo ich bin. Ich habe das Gefühl, die kommen mich gleich holen, ja. Super, ey. Ja, wann noch mit... Naja, und dich beschießen sie schon, wa? Nee. Also, okay, dann hat auf mich jemand geschossen. Oder was war das jetzt? Ach du Scheiße, na, da super, ey. Soll ich zu dir kommen? Du wurdest doch schon wieder beschossen. Ich wurde schon wieder beschossen, hast du ja nicht richtig gehört. Ich bin jetzt erstmal geflüchtet. Ich bin jetzt auf jeden Fall überlebt. Richtig, richtig schon. Warte kurz, still. Da ist ein Sniper. Oh Gott, weg, weg. Oh, ich bin tot. Ein Kampf von oben. Jetzt liegt es an dir. Nein. Scheiße. Ja gut, dann versuche ich dich zurückzukaufen. Hier, da gehst du drin. Hm. Stimmt auf dem Dach wieder, wa? Oh ja, wie immer. Kannst du mir mal bitte die Dings markieren? Hier so einen Auftrag oder sowas. Will doch jemand haben? Oder werden wir in die Richtung, wo der jetzt hinrennt? Es war wahrscheinlich hier ist nur Kopfgeldauftrag. Aber du könntest mal hier hin. Will doch jemand haben? Der ist zwar ein bisschen weg, aber da ist noch Blut. Irgendwo auf der Straße. Ah, nee doch. Ist noch ein bisschen weiter weg gewesen. Oh Gott, hier direkt neben mir. Da bleibt schön im Deck um. Aufgedruckt, bist du leiser. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Was? Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ein zu gelb im Flagge, wa? Gut. Ich gehe jetzt raus. Aber ich glaube, ich gehe lieber hinten raus. Hm. Hm. Nee, das brauche ich nicht. Aber hier sind doch Aufträge, oder? Ach, Kopfgeld, was ist das? Man zahlt nur Kopfgeld da, deswegen. Hm. Naja, das ist Kacke. Das ist auch wieder so eine Ausrüstungslieferung. Über 50 Meter von dir. 30. Naja, die nehme ich gleich mit. Wenn ich jetzt hier mal irgendwo rüberkomme, hoffentlich. Nur mach. Hier ist noch eine Kiste irgendwo. Ähm, nein. Das ist ein bisschen Drohne über uns. Kopfgeld, schlagst du die Ohren aus. Hm. Hm. Ich will jetzt noch nicht so viel Zeit verplempern hier. Ich will eigentlich nur Geld und dann... Mann, geh doch mal hier um die Ecke. Hm. Ja, die Kiste ist natürlich unten gewesen, ja zwar. Ach. Ich bin geworfen lassen. Gut, Digga. Gucken wir nochmal unten. Oh. Weil der Auftrag, der nicht gemarkiert hat, wird es weg. Super. Scheiße. Kann ja nur noch hier drin sein jetzt. Kein Geld. Kein Geld. Naja. Gut, haben wir noch einen Auftrag? Wir brauchen einen Fahrrad. Ja. Genau. Geh ich mal da hin. Wo ist denn das Ding jetzt hin? So ein Lufer. Ach da. Ja, okay. Ja, okay. Ich habe ein Problem. Kein Gommi. vorratskiste bereit für die abholung nach hier brennt ok auch hier sehen genau das jetzt auf der plan dagegen gut dann mal gucken gut dann machen wir dennoch noch zwei kisten nehmen lassen auf jeden fall auch ein gas das gefühl ist gut bei der letzten einfach bei dir und nimm dir daraus dann habe ich auf jeden fall schon ein bisschen ausrüstung genau so machen wir das so auftrag aktualisiert ein neues zielobjekt wurde identifiziert und jetzt ist nicht mehr weit weg halten einkaufswagen zwar auf einem offenen feld aber das ist mir jetzt erst mal wieder die kiste voll dann war das so einfach nach das ist eine kiste das ist noch andere leute geh doch mal wieder hoch hier geh doch hoch bitte hier ist einer hinter dir wo ist denn der chef einkaufskorb die werden herzschlagsensor haben der ist hier unter mir links ne der einkaufskorb da war ich aber zu dir eigentlich gar nicht kommen oder ne macht nicht so viel sinn da war doch einer wo ist dieser habe nur eben gesehen da wo ist der hin 31 meter da oben ein der dürfte fast tot sein ich bin tot sie sind hier alle die grauchen auch mit haus drumrum keine chance oder das ist ein anderer der auch gerade die leute da angreift da nächster kommt der mann schulack genau lass mich ich lass mich hier ausbluten genau ich bin im gulag guck einfach mal dass du erstmal in sicherheit bist da war jetzt halt wieder scheiße einer ist oben auf dem dach und der andere vor im haus hat der patrouille geschoben oder was ich sehe da gemacht hat was er da gemacht hat ey du musst warten bis du dran bist kumpel kloppig mir die hände kaputt hier am gitter na scheiße man das war eigentlich nicht so schlecht gewesen ey 50 sekunden noch warten ich bin im gulag du bist dran soldat ich habe den am anfang 34 kugeln reingedrückt die hat der locker das verstehe ich nicht das verstehe ich wirklich nicht naja naja Bastard ey nur mit Arschloch oh hier ist einer bitte mal kurz ruhig oder geh aufs dach und spring runter wenn du flüchten willst weil es ein minimum 32 ich hasse es ich bin noch drin naja jawoll jawoll ich glaube die kommen die treppen hoch nein was was war denn das ach der hat gleich mit Raketen ich bin der Meinung ich hab eigentlich gut reagiert ja haste ja auch der war der war war der nicht auch ko sogar ja ich hab es nicht richtig gesehen boah da kam jetzt ohne Zwer ja ok ja haste keine chance gehabt die waren zu dritt einer oben auf dem dach auch noch ey naja gut schade aber was war das jetzt 14 das wär jetzt doch nicht so schlimm ne 17 warte glaube ich aber ja also Spaß hat es ja trotzdem gemacht so mal kurz mit 5 Minuten 13 drehen die Maschine jo mach mal dann geh ich mal pinkeln naja fred fred demi fred im